Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Ex-Zurück-Reihe hier bei F&M TV. Mein Name ist Zen Metin, Dating- und Beziehungscoach aus dem Augsburger Stadtteil Hochzoller. Ja und wir beginnen heute einmal mit der Thematik Metin, mein Ex hat eine Neue, mein Ex hat einen Neuen, was kann ich tun? Ja, wir beginnen auf jeden Fall zunächst einmal mit einer Erfassung, einer analytischen Herangehensweise an die Situation selbst. In diesem Video behandeln wir dann noch so ein paar Basics, die es gilt auf jeden Fall zu berücksichtigen und natürlich werden wir dann auch noch aufräumen mit diesen typischen 1, 2 Mythen, die da schon seit Jahren reißig fleißig durchs Internet gejagt werden. Wenn dein Ex, sprich deine Ex einen Neuen hat, dann ist das in erster Linie einmal eine Katastrophe. Das schaut alles hoffnungslos aus, die ganze Geschichte ist irgendwie für den Eimer. Die Fälle schwimmen davon, was auch immer und das ist der Moment, wo man natürlich nicht nur der Moment, das ist auch in den Folgenmomenten eine Situation, die einen Schirr in den Wahnsinn treiben kann. Das ist klar, logisch. Auf der anderen Seite allerdings ist es natürlich auch so, die ganze Geschichte hat natürlich auch riesengroße Vorteile. Ich spare mir das jetzt einmal aus, hier so dieses hinterlegte Wissen aus dem Internet auszupacken. Also du fängst bei Null an, er fängt bei Null an und so weiter und so fort oder sie, was auch immer. Ein wesentlicher Kernpunkt an der ganzen Sache ist der, wenn da jetzt ein Neuer oder eine Neue da ist, dann ist schon mal essenziell betrachtet zumindest einmal die Situation die, dass dein Ex, deine Ex schon mal vom Markt ist. Das heißt, im Gegensatz zu dem, dass da unzählige Buhler, Buhlerinnen da irgendwo auftauchen, ist es ganz einfach so, dass da bloß eine Person da dran hängt und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ein weiterer Vorteil an der Geschichte ist natürlich das, ist auch so eine Ego-Sache. Was würde dich denn mehr treffen? Die Tatsache, dass jetzt deine Freundin da jedes Wochenende von irgendeinem anderen Kerl bearbeitet wird, sprich dein Freund, dein Ex-Freund da jedes Wochenende eine andere Puppe mit nach Hause nimmt oder der Fakt, dass da jetzt bloß einer da ist. Leuchtet ein, oder? Natürlich fängt man dann in dieser Situation auch an sich diverse Fragen zu stellen. Man fragt sich natürlich, wer ist denn dieser Typ, wo kommt denn der her, wie sieht die alte denn aus und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles irgendwo Grundfragen, wo man damit natürlich konfrontiert wird und dann natürlich auch den Fehler begeht, Vergleiche zu sich selbst irgendwie aufzubauen und herzustellen. Im Wesentlichen ist es erst einmal jetzt auch für uns hier drinnen in erster Linie wichtig, wann, zu welchem Zeitpunkt tauchte diese dritte Person überhaupt erst auf dem Schirm von deinem Ex auf? Das ist die erste richtige Frage. Und hier unterscheiden wir hier drinnen natürlich unter vier Typen. Typus Nr. 1, das ist die Person, die schon Wochen, vielleicht auch schon Monate vor der Trennung da plötzlich aufgetaucht ist. Typus Nr. 2, das ist die Frau, der Mann, die unmittelbar vor der Trennung aufgetaucht ist oder während dieses Trennungsvorgangs immer irgendwo präsent, irgendwo im Hintergrund war, bis es dann wenige Tage, Wochen später dann hieß, ja, die beiden sind jetzt zusammen. Habe ich gesehen, ich laufe kurz um den Freibad. Typus Nr. 3, das ist die Person, die unmittelbar nach der Trennung gekommen ist, ein paar Tage danach, paar Wochen danach und natürlich Typus Nr. 4, die über einen längeren Zeitraum im Moment später erst an der Seite deines Ex anzutreffen war, also mehrere Wochen, Monate später jetzt. Gut, was macht das jetzt für einen riesen Unterschied? Für uns hier drinnen auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied, was die Vorgehensweise angeht. Bei Typus Nr. 1 und 2 und teilweise auch bei 3 ist es ganz einfach so, dass man sehr stark hier davon ausgehen kann, dass das Ganze kontrolliert abgelaufen ist. Also, dass man darauf hingearbeitet hat, dass diese Trennung stattfindet. Der eine direkt, die andere oder der andere indirekt. Und beim Typus Nr. 4, da kann man dann wirklich davon ausgehen, dass die Aussage, es hat sich einfach so ergeben, eine Realaussage ist. Während bei den übrigen ersten 3 die Aussage ganz einfach hin rationalisiert wurde. Besonders wichtig ist natürlich jetzt einmal hier zu verstehen, wenn jetzt da ein neuer, eine neue da am Horizont aufgetaut ist, da neigen viele Leute dazu zu sagen, aus dem Umfeld oder auch Laienhaft oder Experten in dieser Branche, sage ich jetzt einmal, dazu zu behaupten, du, das ist ganz einfach nur eine Übergangsbeziehung. Entweder ist es ganz einfach eine Übergangsbeziehung und oder in Folge daraus, die oder der, die kommen dann schon wieder. Wenn das, das wird ganz einfach so sein, dass man da irgendwie immer mit dir verglichen wird und so weiter und so fort. Und dann stellt man fest, das passt jetzt doch irgendwie nicht so und du musst nur lange genug den Kontakt sperren und dich lange genug zurückhalten, Hände in den Schoß legen, dann wird das alles schon von so selber wieder zu sich finden. Oder der Kreislauf, der wird sich dann wieder schließen und dein Ex, der wird dann, was habe ich einmal gelesen, der wird dann, das habe ich in einem englischsprachigen Artikel gelesen, auf allen Vieren wieder zu dir hingekrochen kommen. Was diese Aussagen für ein Schwachsinn sind, das kann man wunderbar an zwei Beispielen erklären. Und zwar Beispiel Nr. 1, Übergangsbeziehungen, das kann man sich wunderbar ansehen an diesem wunderschönen Beispiel, Übergangsbeziehungen, Brad Pitt und Angelina Jolie, wo der gute Pitt, die Anniston da nach drei oder fünf Jahren irgendwie so etwas, die gute Frau verlassen hat bei Dreharbeiten zu, ich glaube Mr. und Mrs. Smith war es, die Angelina Jolie kennengelernt hat. Da sind sie auch alle drangestanden, die ganzen Society Experten. Das ist schon Wahnsinn, was für ein Land wir leben, wo es für jeden scheißdrücken Experten gibt. Und dann haben die natürlich gesagt, wow, nee, das kann ja gar nicht gut gehen und so weiter und so fort. Und dass das eine bluttrinkende Lesbe sei, mit der man überhaupt keine Ehe irgendwie oder überhaupt gar keine Zukunft nicht aufbauen kann. Und das ging natürlich dann so weit, dass sie die gute Frau natürlich attackiert haben nach allen Regeln der Kunst. Sie, die den Leuten, die sie da attackieren, überhaupt nichts getan hat, hingestellt worden ist mit übelsten Beschimpfungen bis hin zur Hure. Also das war schon wirklich auch derb unter der Gürtellinie, was man mit der Frau veranstaltet hat. Siehe da, Jahre später, da sind die Society Experten ganz, ganz leise gelegentlich hauen sie natürlich noch die Aussage raus. Die beiden hätten Eheprobleme und so weiter und so fort. Von wegen, die beiden sind seit Jahren glücklich verheiratet, haben Kinder und so weiter und so fort. Also so viel zum Thema Übergangsbeziehungen. Ein weiteres Beispiel, das erlebe ich auch oft, hier drin im Rahmen des Get Back Power Coachings. Ich werde es einmal ein bisschen bildlich im Fallbeispiel verdeutlichen. Da ist so ein Pärchen, nennen wir die beiden mal Thomas und Katja. Thomas und Katja sind schon seit längerer Zeit im Paar, ein, zwei Jahre. Und in den letzten Tagen, Wochen ihrer Beziehung läuft es nicht mehr so gut. Die beiden sind nur noch im Streit, es funktioniert irgendwie nicht mehr so ganz. Und Katja spricht auf jeden Fall die Trennung aus. So, Thomas natürlich von allen Wolken und versucht natürlich sein Möglichstes. Er schickt Blumen, er schreibt SMS und offenbart immer wieder seine Liebe, hilft alles, irgendwo nichts. Und dann lässt sich Thomas auf ein ganz, ganz gefährliches Spiel ein, was ihm natürlich auch immer wieder in irgendwelchen Taktiken und Strategien seitens Ex zurückgeraten wird. Ja, er begnügt sich mit einer Freundschaft zur Katja. Dass er damit im Prinzip nur einen Status Quo einrichtet, das ist ihm in seiner Situation so nicht bewusst. Denn Tatsache ist, Katja gewährt ihm ganz einfach irgendwo die Zeit, mal mit ihm Kaffee trinken zu gehen und so weiter und so fort. Thomas genießt natürlich jede Minute, die er wieder hat. Im Prinzip ist das nichts anderes als mit Beziehung, hat das gar nichts zu tun. Das ist eine Übereinkunft, ein Modus vivendi sozusagen. Fakt ist natürlich dann auch, es vergehen ein paar Tage, es vergehen ein paar Wochen, es vergeht eine Zeit und dann lernt natürlich Katja Hackern kennen. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, die beiden verbringen viel Zeit miteinander, die beiden kommen zusammen. Für unseren guten Thomas natürlich das Worst Case Szenario. Aber Thomas lässt natürlich nicht locker, schlimmer noch, er macht genau das, was in der Situation fast alle Menschen in dieser Situation dann auch machen. Ganz besonders, wenn sie irgendwie im Rahmen von, ich sage mal esoterischen Künsten oder irgendeinem von diesen Hunderten von diesen Trennungsforen im Internet dann gesteuert und gestützt werden, wo man ganz einfach sagt, ja da musst du warten, da musst du Kontakt sperren, du musst dich zurückhalten, beobachte die Situation und so weiter. Weil dadurch der Glaube entsteht, dass das alles nur noch an dem Hackern liegt. Das heißt, die einstigen Beziehungsprobleme, der Trennungsgrund, der Mechanismus, der Auslöser, die Zeit danach, das alles wird jetzt nur noch auf die Person Hackern projiziert. Und das geht so weit, dass man sich wirklich manifestiert sogar, dass Katja armeschwingend wieder zu einem zurückkommen wird, sprich zu Thomas zurückkommen wird, wenn nur mit Hackern Schluss ist. Insgeheim natürlich auch der Wunsch, dass es ihr beim Hackern steckt, dass er sich scheiße behandelt und so weiter und so fort. Gut, jetzt vergeht natürlich eine Zeit. Es vergehen sechs Monate, es vergeht ein Jahr, es vergehen eineinhalb Jahre. Ja, mit der Katja und dem Hackern läuft es auch nicht mehr so. Die beiden kommen auch regelmäßig in Streit. Man versteht sich ganz einfach nicht mehr so gut und so weiter und so fort. Und auch hier spricht die Katja die Trennung aus. Der Hackern als der jetzige Ex-Freund der Katja probiert natürlich genau dasselbe, was sein Vorgänger auch getan hat. Auch er schreibt erst einmal Mails, auch er versucht sie irgendwie wieder zurück zu gewinnen. Im Gegensatz zu unserem Freund Thomas allerdings lässt er dann nach einer Zeit alle fünf gerade stehen und beendet dann sein Werben und sein Wunsch um sie und findet sich mit der Situation dann ab. Jeder Mensch ist ganz einfach anders. Der eine sagt, okay, ich lasse los. Der andere sagt, nee, ich gehe zum Fighten. Inwieweit natürlich so ein Fight gehen kann, das muss man für sich selber mal ausmachen und vor allem aber auch seine Grenzen auch mal erkennen. Das Grenzen, damit meine ich, dass irgendwann einmal auch mit dem Fighten dann auch Schluss ist, weil nämlich in 90 Prozent der Fällen, ich wiederhole, in 90 Prozent der Fällen Folgendes passiert. Thomas von der Nachricht hoch erfreut, dass zwischen seiner Katja und Hackern Schluss ist, er ruft natürlich an, ist für sie da, weil Katja hat ja immer noch diese emotionale Bindung irgendwo zum Hackern und ihr geht es natürlich jetzt auch nicht so toll. Und er ist für sie da und hört ihr natürlich auch zu, spielt in Anführungsstrichen, wir sagen dazu emotionales Tampon für sie und er denkt natürlich dann auch tatsächlich, dass jetzt die Bahn für ihn frei ist. Und ich sagte gerade, in 90 Prozent der Fällen passiert eben genau das, was jetzt gleich passiert. Es vergehen wieder ein paar Tage, es vergehen wieder ein paar Wochen und Katja lernt Victor kennen. Und sie verabreden sich, sie kommen super miteinander zu euch, die beiden verlieben sich ineinander. Ja, für Hackern natürlich ein Schlag erst einmal ins Gesicht, dass seine Ex nach kurzem Zeit wieder einen Freund hat, muss er natürlich seinen Weg damit finden, wie er damit klarkommt. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, wer in dieser Konstellation schaut wirklich mit dem Ofenrohr ins Gebirge? Ja, unser Thomas, ganz klar. Weil er zwei, ja eineinhalb, zwei Jahre lang von einer Vision bzw. von einem Ziel besessen war, sagen wir, wirklich besessen war in Anführungsstrichen, eine Vision im Kopf hatte, die sich so nie abgespielt hat oder sich so nie ereignen wird. Der hat also wirklich diese Vorstellung gehabt, dass der Hackern, wenn der weg ist, sie würde auf jeden Fall zu ihm zurückkommen, natürlich auch gestützt von einem Außenkreis, der natürlich gesagt hat, entweder auf der einen Seite, ja du, du musst natürlich da abwarten, Kontakt sprechen oder natürlich auch auf der anderen Seite, du musst dir das nur lange genug und gut genug wünschen und dir das nur vorstellen, dann wird das schon passieren. Dass eben das in den meisten Fällen nicht passiert. Das kann man sich wunderbar an solchen Beispielen ansehen. Wenn jetzt dein Ex, sprich deine Ex einen neuen hat, dann gilt es natürlich auch hier wieder so eine Entscheidungsfrage zu treffen. Siehe dazu einfach mal Video 1 und 2. Da muss man ganz selber für sich selber mal entscheiden, greife ich da ein, greife ich da nicht ein. Das ist so eine Sache, wo man für sich selber auch mal fit sein muss, weil da hat man natürlich in dem Außenbereich ganz einfach immer diese Aussagen. Auf der einen Seite, da gibt es natürlich die Partei, die sagt, ey du, das kannst du nicht machen. Also das ist einfach, du torpedierst da, du torpedierst da das neue Glück von deiner Ex-Freundin. Wie kannst du da im selben Atemzug auch noch behaupten, dass du sie liebst? Treffendes Argument. Da gibt es natürlich auch die andere Partei, die natürlich sagt, Moment einmal, gerade bei Typ 1 und 2, wo ich vorangegangen aufgezählt habe, Moment einmal, wie war es denn um die Moral von dem anderen bestellt, als er hergekommen ist und dir mehr oder weniger den Platz da streitig gemacht, sprich weggenommen hat, der dafür Sorge getragen hat, dass deine Beziehung oder beziehungsweise mit dabei geholfen hat, das Grab deiner Beziehung zu schaufeln. Also wie ist es denn darum bestellt? Entscheidung muss man einfach jeder für sich selber treffen, das ist auf jeden Fall ganz klar. Also die werde ich dich abnehmen, die sollte dir auch kein anderer abnehmen, das ist eine Sache, die musst du selber entscheiden. Wenn du natürlich ins Gefecht ziehst, da gibt es natürlich ein paar Basics, die auf jeden Fall in jeder Situation grundsätzlich einmal zu beachten sind. Und dabei ist es wurscht, ob der Ex ein Mann oder ob das eine Frau ist. Das behandeln wir dann in den Folgevideos, wo wir ein Special dann im Folgevideo drehen, worauf wir dann speziell noch zu achten haben, wenn der Ex ein Mann ist oder die Ex ganz einfach eine Frau im darauffolgenden Video halt dann oder umgekehrt und natürlich auch noch einen Ableger machen werden, wo es um gleichgeschlechtliche Paare geht. Da gibt es ein paar kleine Ticken und Unterschiede, was die Vorgehensweise angeht. Grundsätzlich gilt, es gibt da ein paar Basics zu beachten, die kann man auf jede Situation einsetzen. Der Rest ist natürlich individuell zu betrachten, da muss man natürlich gucken, was sind das für Leute, was war das für eine Beziehung, Trennungsablauf und natürlich auch, wie ich es zum Beispiel zu Beginn des Videos angeläutet habe, wann kam diese Person auf den Schirm. Hat diese Person vielleicht, ein Beispiel beim Typus Nummer 1, ist es zum Beispiel manchmal so, in manchen Fällen so, dass besonders wenn es eine sehr, sehr lange Laufzeit war, da taucht diese Person auf dem Schirm auf. Da kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Gift drauf nehmen, dass diese Person, gerade wenn es ein Mann ist, Verstärkung gehabt hat. Das wäre nicht der erste Mensch, der auf Google geht und eintippt, wie komme ich oder wie verführe ich eine Frau, die bereits einen Freund hat. Erschreck bitte nicht, das wird sehr, sehr oft gegoogelt. Und wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo Flirt-Coachings, Beziehungs-Coachings und so weiter gebucht werden, wie Samt am Meer. Und du bist jetzt wahrscheinlich erst über die Trennung irgendwo zum Thema Verführung und so weiter gekommen. Das muss noch lange nicht heißen, dass dein Nebenbohler, in Anführungsstrichen, sich nicht schon viel früher mit der Thematik befasst hat und sich natürlich dementsprechend in dem Arsenal ein bisschen natürlich ausgerüstet und ein bisschen nachgeholfen hat. Ist auch klar. Punkt Nummer 1, das ist egal, Mann, Frau und so weiter und so fort. Subtile Vorgehensweise. Die zieht sich gerade Anfang, Frontgame, wenn man am Anfang von der ganzen Geschichte steht, bis hin zum Endgame. Immer eine subtile Vorgehensweise, wir waren das ist A und O. Es empfiehlt sich, da muss man natürlich gucken, wie die Sachlage ist. Hat man noch einen guten Draht zum Ex, hat man den nicht mehr, wird von dem bloß noch geblockt, gesperrt. Da muss man natürlich ein bisschen anders vorwärts gehen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man da noch einen guten Draht zum Ex hat, dass man da in Form meist, ich mache das, ich gehe da meistens mit so einer Trojaner Kontaktsperre rein, wo ich praktisch, sagt auch schon der Name, einen Trojaner habe, sprich eine dritte Person habe. Diese dritte Person, in diesem Fall, wenn der Ex eine neue hat oder umgekehrt, ist Grundvoraussetzung, dass genau diese dritte Person mit dir, und das ist das Schwierige dann, mit dir eigentlich wenig zu tun hat, mit dir wenig in Verbindung gebracht wird, eher als neutrale Person irgendwo eingestuft wird. Und auf der anderen Seite auch einen Draht irgendwie zu deinem Ex-Freund natürlich da hat. Warum? Bringt uns zu Punkt Nummer 2. Es ist ganz einfach so, wenn man jetzt irgendwie den Neuen, die Neue natürlich anfängt zu stalken, dann sucht man natürlich nach Schwachstellen. Das ist ja völlig klar. Und dann geht es natürlich los, ich erlebe das auch immer wieder in der Arbeit, wenn ich am Telefon so höre, ich verstehe das nicht. Der Typ sieht aus wie Quark und Scheiße und ich begreife das nicht. Der Kerl, das ist der stadtbekannte Playboy, bekannt dafür, dass der jedes Wochenende irgendwie eine andere Frau hat, da laufen tausende von Frauen rum, warum muss der sich da ausgerechnet meine jetzt greifen. Vergiss es. Denk an die subtile Vorgehensweise. Ich habe damals in einem Video vor ein paar Jahren mal zu dieser Thematik auch einen wunderschönen Satz gesagt, kaum war das Video draußen. Schon hat es nicht lange gedauert, da sind die anderen gleich nachgezogen mit dieser Aussage. Du darfst den Neuen auf jeden Fall nicht werten. Nur warum? Das hat keiner gesagt. Ganz einfach. Nicht werten deswegen. Hierzu das Video bitte ansehen. Rationalisierung bei Trennungen. Es ist scheißegal, ob der Typ Drogen konsumiert, im Gefängnis gesessen ist, ob sie die stadtbekannte Dorfmatratze ist, die dein Ex sowieso früher oder später betrügen wird. Das ist wurscht, weil gerade die Frauen neigen dazu, sich das hin zu rationalisieren und zwar, wie sie es brauchen. Nicht nur die Mädels in so einem speziellen Fall, auch die Bengels. Also es ist eine Tatsache, da kannst du hundertmal da hingehen und versuchen, ihm irgendwie die Augen zu öffnen und zu sagen, du schau mal, was hab der, was hab ich und so weiter und so fort. Keine Chance. Die Person, die Ex oder der Ex wird auf jeden Fall jede Aussage, die du da tätigst, das fällt in den Bereich der Wertungen hinein und in dem Moment fängt er an zu rationalisieren. Er wird sich das alles positiv rationalisieren und du bringst ihn da ganz einfach in die Situation, den Neuen oder die Neue auch noch verteidigen zu wollen. Und ich glaube nicht, dass du das willst. Fakt. Gut, wichtigster Punkt natürlich auch, das zählt auch in diesen Bereich hinein, vergiss dieses, weil wir es vorher angesprochen haben, selbst wenn es scheitern würde, dass die natürlich auf allen Vieren zu dir zurückgekrochen kommt. Kein Mensch auf dieser Welt will sich selbst anderen Leuten gerne gegenüber eingestehen, erst recht nicht dem Ex freuen, dass man eigentlich im Unrecht gewesen ist mit seiner Entscheidung. Wenn die Leute das bringen, kenne ich aus meiner Arbeit, dann kommt das meistens erst viel weiter nach dem Endgame, wo da die erste sexuelle Intercourse wieder war, wenn alles wieder in die Bahn kommt, Friede, Freude, Eierbrunnen, dass da solche Aussagen fallen, weißt du, ich hab mich damals falsch entschieden und so weiter und so fort. Ich hoffe, du wirst mich vergeben, da, aber das kannst du jetzt in der aktuellen Situation komplett vergessen. Komplett. Zurück zu der dritten Person bei der Trojaner Kontaktsperre. Was hat die jetzt damit zu tun? Ganz einfach. Wie gesagt, es geht hier um Wertungen, subtile Vorgehensweise. Es gibt Leute, glaub mir eins, die wühlen sogar im Dreck, dass sie an Informationen herankommen, die den Betreffenden irgendwie, womit man dem irgendwo einen Strick basteln kann. Die besten Informationen bringen nichts, wenn du sie oder irgendjemanden aus deiner Base an den Ex herangetragen wird, weil dein Ex weiß, okay, diese Person hat mit dir zu tun und so weiter und so fort. Fängt sofort an mit rationalisieren, ihn verteidigen und so weiter, weil diese Person, die hat was mit dir zu tun und da hast du keine Chance. Es muss also eine Person sein, die nichts oder beziehungsweise sehr wenig mit dir zu tun hat, die in den Bereich neutral eingestuft wird, die diese Informationen dann an den Ex weiterträgt. Das ist schon mal klar. Das ist die einzige Möglichkeit, den Ex oder die Ex da mal zum Nachdenken zu bewegen. Wenn eine komplett neutrale Person da steht und sagt, ach die, du, ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich habe nichts Gutes von dir gehört. Ich kenne euch nicht, ich gebe mich nichts an, ist mir auch egal, aber dazu muss ich sagen, mir ist zu warm gekommen, das und so weiter und so. Aber, 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 jetzt aufpassen, ganz wichtig. Bitte in Gottes Namen, häng irgendwelchen Leuten nicht irgendwelche Storys an. Behaupte nicht irgendetwas, was hinten und vorne nicht stimmt. Bleib bei den Tatsachen. Weil das ist nicht nur ein unfairer Kampf, das ist, das kommt irgendwann früher oder später auf dich zurück. Und dann, dann glaub mir, dann bist du in einer Situation, in der du dich zuvor nicht wiederfinden wolltest. Nächster wichtiger Punkt. Bringe die Situation in die Isolation. Wenn dein Ex, deine Ex Zeit jetzt gerade aktuell mit ihm oder mit ihr verbringt, dann hast du null Chance, null Chance, dass du da irgendwie rankommst, dass du da irgendwie Zeit für dich ausschlägst, in Form von irgendwie einer Nachricht, Anruf und so weiter. Hey, lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken gehen oder sonst irgendwas, wobei du das Wort Kaffee trinken gehen und treffen sowieso immer vermeiden musst. Immer. Wir zeigen im Coaching-Programm auf, wie man das am besten macht, weil Kaffee trinken gehen und können wir uns mal wieder treffen. Das wird beides viel zu stark mit Date assoziiert. Das bleiben lassen. Man kennt das ja auch, diese großen fett gedruckten Aufschriften auf irgendwelchen Zeitschriften der Boulevardpresse. Das Treffen mit dem Ex. Ups, das ist zu negativ behaftet. Vermeide das. Sag nicht, hey, können wir uns nächste Woche vielleicht mal irgendwie so treffen, am besten dann noch auf einen Kaffee. Das ist nicht gut. Vermeide Treffen gehen, vermeide Kaffee trinken gehen und so weiter, so etwas in der Art, das ist Bullshit. Auch essen gehen oder so etwas in der Richtung, damit kommst du nicht weit. Wichtig ist, dass du versuchen musst, mit allen Mitteln sozusagen, mehr oder weniger den Ex in so einem isolierten Bereich zu erwischen. ihn abzufangen, ihn mehr oder weniger mit ihm etwas gemeinsam zu veranstalten, etwas gemeinsam zu unternehmen, gemeinsam zu machen, ohne dass diese betreffende neue Person da irgendwo mit involviert ist oder dabei ist. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn du diesen Bereich schon mal überschritten hast, beziehungsweise wenn du auf dieser Ebene bist, dann stehen schon mal die Karten schon mal besser für dich und die Chancen, dass das wieder zu einem Rebound kommt. Und die haben sich definitiv dann schon mal um eine, ich sage mal, Schneeschaufelbreite erhöht. Ein weiteres Basic, was es in dieser Situation grundsätzlich zu beachten gibt, das sind die 5 W-Punkte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn die Trennung da ist, dann stehst du mit einem, beiden Beinen voll in der Gesprächsleiste in eurem Umfeld drinnen. Die Leute reden über euch. Die Leute haben ein neues Thema. Hey, Thomas und Katja, die haben sich jetzt getrennt und so weiter. Hast du schon gehört? Ach echt, wie soll ein Jahr? Sie hat mittlerweile 9 und so weiter. Die Leute, die reden. Die reden, die reden, die reden. Sie reden nicht vor dir, sie reden nicht vor ihr, aber sie reden untereinander. Und beim Reden tauscht man natürlich auch gerne Messages aus, Storys aus und letzten Endes werden dich irgendwelche Hiobsbotschaften erreichen und natürlich auch sie. Und das Beschissenste ist, wenn du irgendwie etwas sagst oder irgendwie etwas äußerst, was man dir irgendwo negativ anlasten kann. Und deswegen diese 5W-Geschichte, pass auf, was du wann, wo, zu wem, wie sagst. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst artet das Ganze nämlich sehr, sehr schnell in diesen stillen Postmodi aus. Das gilt es generell bei Trennungen zu berücksichtigen. Dass man da vorsichtig ist mit gewissen Äußerungen. Natürlich, wenn jetzt die Ex da jetzt einen neuen hat, nach einer kurzen Zeit, dass man sich da irgendwo gefühlsmäßig dann auch hinreißen lässt und ein paar unschöne Worte sagt, wie die Schlampe und so weiter. Lass diesen Scheiß. Stille Post Modus bedeutet, man kennt das Spielchen Stille Post aus der Grundschule, 1. und 2. Klasse. Da sitzt die Lehrerin in seinem Stuhlkreis und da wird dem einen Kind was ins Ohr geflüstert. Das wandert dann da, tack, 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 von Kind zu Kind und am Ende kommt da was ganz anderes dabei raus. Da sind sie da, diese Sensationsgeilen, die natürlich auch noch ihren Senf dazugeben, die Geschichte ein bisschen spannender gestalten. Und dann erreicht es irgendwo die Ohren deines Ex-Freundes. Und dann ist es natürlich ganz klar, dann kommt der Anruf, dann wird blockiert, ignoriert irgendwo auf sozialen Netzwerken, WhatsApp und so weiter und so weiter. Die Suppe broughtst du dir praktisch selber ein, wenn du nicht aufpasst, nicht vorsichtig bist mit den Äußerungen, die du tätigst gegenüber ihm und natürlich auch gegenüber den Neuen, sprich die Neue. Also aufpassen damit, ganz, ganz vorsichtig sein, wo wir wieder beim Bereich mit Rationalisierung, sprich Wertungen wären. Ja, Ex zurück, wenn da ein neuer Partner, eine neue Partnerin am Start steht. Immer ein recht heikles Thema natürlich auch. Es muss letzten Endes, muss das jeder für sich selber entscheiden. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich habe es am Anfang des Videos so schon erläutert. Es ist eine persönliche Entscheidung auf jeden Fall. Soll, wird, darf dir auch gar keine abnehmen. Persönliche Entscheidung bedeutet, das macht man mit sich selber ganz einfach aus. Es geht keinem anderen was an. Mich braucht man da bitte auch nicht hinein, was ich denke, was ich meine, was ich glaube. Ich sehe das ganz einfach so, wir sind als Coaches auf dem Schlachtpferd der Liebe nichts anderes als eigentlich ja die Waffenhändler. Wir rüsten die Leute mit dem jeweiligen Arsenal auf. Was die dann damit machen, das ist deren Problem. Das gilt es auf jeden Fall immer ganz wichtig zu verstehen, dass man das mit sich selber ganz einfach ausmacht, inwieweit das für einen moralisch verträgbar ist oder inwieweit man ganz einfach sagt, jetzt erst recht. Nicht auf jeden Fall diesen Dogmen, diesen Vorschriftenverfahren, ja hier hast du jetzt so gut eine Strategie und jetzt musst du ganz einfach Kontakt sperren und einfach darauf warten, bis dein Ex von alleine wieder zurückkommt. Was das für ein Schwachsinn ist, habe ich eben schon an diesen beiden Beispielen heute in diesem Video erzählt. Und gesetzt den Fall, es sollte tatsächlich so sein, dass dein Ex da wieder zu dir zurückgewackelt kommt nach 3, 4, 5, 6 Monaten, dann bist ja du auch bloß wieder eine Option. Schlimmer noch, dein Ex hat in seinem Unterbewusstsein diesen Input da ganz einfach drin, dass er sich jederzeit da irgendwie mit irgendwelchen Mädels vergnügen kann, jederzeit mit dir Schluss machen kann, zu irgendwelchen Jungs rennen kann und da einen auch volle Lotte spielen kann. Und dann empfängst du mit offenen Armen und so weiter, so etwas, das ist auch erfahrungsgemäß, endete noch nie gut. Und da definitiv nicht an irgendwelchen Dogmen oder beziehungsweise an so festgelegten Vorschriften da handeln. Ich möchte abschließend an dieser Stelle gerne dazu Camouflage zitieren aus den 80er Jahren in The Great Commandment. Die große Vorschrift, das große Gebot, zeigt in Wahrheit die herablassende Welt auf ihren schwierigsten Wegen. Sollte man zwischen den Zeilen lesen und auch einmal so ein bisschen darüber nachdenken, was trifft den Nagel hier auf den Kopf. In diesem Sinne. Die große Vorschrift, das große Gebot, ist ein bisschen darüber nachdenken.